Ja okay, und wie funktioniert das ganz herzlich? Blickt da immer noch nicht so ganz durch? Das war auch nicht schlimm, das war bei uns am Anfang auch so. Um vielleicht nochmal ganz vorne anzufangen, du siehst es ja hier. Die Firma LR, guck mal, die gibt es seit 35 Jahren in 28 Ländern. Und die haben halt damals eine Entscheidung getroffen. Wir stellen Alltagsprodukte her und verzichten komplett auf Werbung. Das heißt, du und ich, wir sind am Ende mehr oder weniger die Werbung für LR. Und dann hast du eben die zwei Möglichkeiten Geld zu verdienen, so wie du es hier sehen kannst. Einmal darüber, dass du sagst, ey, ich nutze meinen eigenen Onlineshop und verkaufe dort die Produkte. Das Geile ist, du hast keine Lagerhalterung oder sonst was. Das wird alles von LR gemacht und du bekommst bei jedem Verkauf ein Produkt 40%. Oder, und das ist das, was wir hauptsächlich machen, was wir beide hier gerade auch machen. Du empfiehlst nicht nur die Produkte von LR weiter, sondern auch das Geschäft. Und an alle Menschen, die du das weiter empfiehlst, die können für sich selbst auch entscheiden. Möchten die über ihren Onlineshop verkaufen? Wollen die einfach nur die Produkte, die wir haben, nutzen? Oder möchten die sich auch ein Team aufbauen und das Geschäft weiter empfehlen? Das hört sich ja gut an, aber wie ist das? Unterschreibt man hier einen Vertrag? Nein, das ist ja das Schöne. Du testest eben einfach einmal deine Pflegeprodukte hier. Genau, deshalb unterschreibst du keinen Vertrag. So wie wenn du zu Rossmann oder DM gehst, suchst du dir einfach aus, was dir so passt. Aber dazu erkläre ich dir gleich nochmal ein bisschen mehr. Oh krass, das hört sich gut an, okay. Oh, was muss ich jetzt weiter machen? Das werde ich dir jetzt zeigen. So, ich zeig dir jetzt einfach mal, wie du mit dem Hobbypaket starten kannst. Du machst nichts anders wie sonst auch, deswegen Hobbypaket. Geh mal in dein Badezimmer, fall mal mit dem Zimmer an und guck mal, was bald alle ist. Und was du sowieso brauchst, was du tagtäglich benutzt. Ich wette mit dir, du benutzt tagtäglich deine Zahnpasta. Irgendwann ist die alle, du brauchst eine neue. Such dir doch einfach mal neue Zahnpasta aus und teste die durch. Oder du brauchst eine Video. Du kannst dir genauso, wenn du mal bist, einfach mal Männerpflege, Rasierschaum aussuchen. Oder aber auch, wenn du eine Frau willst, einfach mal ein Produkt zum Abschminken. Oder auch Muscara. Alltägliche Produkte, die wir alle sowieso benutzen. Oder du sagst, hey, ich wollte schon immer mal den Zeitgarten nutzen. Such dir doch einfach deinen Zeitgarten aus. Geh einfach mal zur Dusche, zur Badebahn und guck mal, was du dich taktäglich duscht und deine Haare wäschst. Shampoo, Duschzeug für Männer, für Frauen, für Kinder. All diese Produkte kannst du dir in deinem Hobby-Paket einfach aussuchen. Du zahlst nur 150 Euro. Die Produkte dürfen etwa 170 Euro haben. Und du machst einfach nichts anders, wie sonst auch. Wie cool ist das bitte? Oder du startest einfach direkt mit dem Profi-Business-Paket. Damit starten einfach die meisten, weil du einfach direkt den Top-Seller von LR dabei hast. Wie zum Beispiel das Parfüm von Griebel Maria Kretschmer oder Post Willis. Du hast Gesundheitsprodukte oder einfach auch den Zeitgarten. Und alltägliche Pflegeprodukte. Genau damit kannst du einfach starten. Die Produkte haben einen Wert von 1.000 Euro. Du bezahlst aber einfach nur die Hälfte und kannst sogar noch auf 4 Raten bezahlen. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall dabei. Du hast doch gesagt, dass du das Kosen-Paket gibst. Ja genau, der Profi-Entstieg. Das würde ich machen. Und geht jetzt dann weiter? Erstmal gute Entscheidung. Ich meine, die Vorteile hast du gerade selbst gesehen. Und wie geht es weiter? Und das ist der Punkt. Ich habe es dir ja vorhin erklärt. Du bist hier nur erfolgreich, wenn du andere Menschen erfolgreich machst. Das heißt, wir nehmen dich an die Hand. Von der Einarbeitung hin, über unsere Coaching-Gruppen, über all das, was wir eben so bieten, was du nutzen kannst, bist du eben einfach in dem ganzen Geschäft nie alleine. diese Nnten거 lists beim Hochschulen herumschwenden. Nurten Multiologien stehen.